Gut, dann fangen wir doch jetzt einfach mal an. Ja, fangen wir offiziell an, sozusagen. Fangen wir offiziell an. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für das Interview. Ich begrüße heute Markus Heitz. Jawohl, guten Tag. Guten Tag. Du bist einer der Großmeister der Fantastik, wenn man das mal so sagen darf. Ich glaube, korrigiere mich, ob das richtig ist. Du hast schon über fünf Millionen Exemplare verkauft, allein in Deutschland. Davon sind mal die ganzen Auslandslizenzen ausgenommen. Weißt du genau, wie oft du den deutschen Fantastikpreis gewonnen hast? Es war über zehn, ich glaube, zehn, elf, zwölf, so unbekannte, genau. Sowas habe ich auch gelesen. Es ist unfassbar. Ich glaube, über 60 Romane hast du geschrieben. Genau. Ganz viele davon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und das, obwohl man ja gerne sagt, Fantasy ist so ein bisschen das Schiefkind der Literatur, gerade im deutschsprachigen Raum. Das scheint für dich nicht zu gelten. Aber würdest du sagen, du bist da eine Ausnahmeerscheinung? Also erst muss man sagen, Großmeister der Fan ist in der Fantastik. Das ist so ein Wanderpokal. Den hat je nach Marketing auch mal ein anderer Autor oder eine andere Autorin. Das muss man so, deren halber, muss man einfach dazusagen. Mit einer Krise Salz. Ja, so ist das halt. Und die fünf Millionen sind tatsächlich deutschsprachiger Raum. Also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Also das gilt praktisch als Dach, wie die Abkürzung so offiziell ist. Ach so, ja, dann ist es ja letztendlich gar nicht so viel. Nee, umgerechnet auf die Einwohneranzahl von Österreich und der Schweiz ist es ja nicht mehr so viel. Die fünf Millionen, nein. Also ich bin extrem froh, weil der Ansatz war für mich immer einfach, Dinge zu erzählen. So, ich möchte Geschichten erzählen. Dass es halt so gut läuft, war am Anfang nicht so. Muss man auch dazu sagen, das gehört zur Wahrheit. Dank der Zwerge lief es dann tatsächlich so extrem gut. Was das Größte ist für einen Kreativen überhaupt. Ganz egal, was du machst. Ob du malst, musizierst, Skulpturen erschaffst. Völlig egal, was kreativ du arbeitest. Wenn du dahin kommst, dass du davon leben kannst, entspannt leben kannst, was deine kreative Arbeit abwirft, das ist das Größte, was dir zustoßen kann, buchstäblich als Kreativer. Das ist ein sehr geringer Anteil der Autoren. Also man sagt, da gibt es verschiedene Schätzungen, mal zwei bis drei, mal drei bis vier Prozent aller Autorinnen und Autoren, die nur von dem leben können, was, also zumindest im Buchbereich ist es so, was es einbringt. Ganz egal, welches Genre. Und der Rest hat, wie ich früher übrigens auch, einen Zweitjob, einen Brotjob, der die Kohle bringt zum täglichen Leben. Und alles, was neben reinkommt, ist halt für den Urlaub, für ein Extra, für irgend sowas. Aber es wird selten reichen fürs Leben. Ich glaube, das gilt für Musiker definitiv genauso. Ganz viele große Bands können davon leben oder sehr bekannte Bands. Und dann gibt es genug Bands auf Festivals, wenn du da hinterher erfährst, na ja, eigentlich ist der, der ist Banker und der arbeitet da und die machen das. Ja, genau. Dann denkst du, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil die auch extrem erfolgreich sind. Aber da haben ja Autorinnen und Autoren gerade noch ein Riesenglück. Streaming hat uns halt nicht so zerstört wie die Musikabteilung. Toi, toi, toi. Und das selbst ist bei denen tatsächlich noch problematischer als jetzt im Buchbereich. Ja, also das Einzige, was natürlich problematisch war, jetzt durch die Corona-Zeit, Lesungen konnten nicht stattfinden. Für viele Autorinnen und Autoren sind Lesungen durchaus ein relevanter Nebenerwerb. Also Lesungen konnten nicht stattfinden. Und natürlich sind auch einige Bücher untergegangen, weil die rauskamen. Und niemand konnte in den Buch laden. Sie wurden da nicht weiter empfohlen. Die waren nicht in der Auslage. Hat dich das auch betroffen, merkbar? Also ich bin ein kleines Eichhörnchen. Man muss immer was praktisch für die schlechten Tage zur Seite legen, damit man vorbereitet ist. Ich habe das Glück, dass meine Fanbase unfassbar treu ist und dass die echt auf neue Sachen von mir warten. Sei es jetzt die Zwerge oder im Horrorbereich oder andere Dinge. Das heißt, bei mir wird sehr wohl registriert, zum Glück, dass es was Neues gibt. Insofern war ich davon nicht betroffen. Ansonsten gilt für mich das Gleiche wie für alle anderen. Keine Messen, keine Lesungen, kein sonst irgendwas. Jetzt bin ich aber in der vorteilhaften Lage, dass ich darauf nicht so angewiesen bin, wie viele andere Autorinnen und Autoren in der Situation gewesen sind. Also toi, toi, toi. Also gut, was natürlich ganz offensichtlich dich betroffen hat. Nicht nur dich, das ist ja die große Lesetour. Meister der Fantastik. Kai Meier zusammen mit dir und Bernhard Hennen. Hat da jetzt überhaupt schon ein Termin stattgefunden? Ich glaube, das ist die längste Tour, die wir jeweils gemacht haben. Wir haben angefangen mit der Planung 2018. Ja. Dann sagen wir, in 2020 geht es los. Und jetzt haben wir die letzte Lesung. Dann ist die Tour abgeschlossen. Ich glaube, am 11.01.2023. Also wir waren ein bisschen länger unterwegs. Wir haben schon die ersten, die Haupttermine sind alle durch. Mannheim fehlen uns noch. Aber es kam natürlich, wie es kommen musste. Die ersten Termine sind ausgefallen, weil ich Corona hatte. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist halt so. Ich hatte Glück. Harmloser Verlauf. Dank allen Impfungen, die ich so geben kann. Aber auch uns hat es erwischt. Was das angeht mit Verschiebungen, da bist du halt nicht davor gefeit. Und wir hatten auch viel Glück, dass relativ wenig Karten zurückgegeben wurden. Also da waren auch die Fans von uns dreien echt hardcore. Die haben die Karten behalten und darauf gewartet, dass wir dann nach zig Jahren mal vorbeikommen. Dass das irgendwann stattfindet, nach der Apokalypse vielleicht. Genau. Das ist ganz interessant, weil du auch eben sagtest, das ist so ein bisschen ein Wanderpokal. Wer ist der Großmeister der deutschen Fantastik? Jetzt sind da drei. Die Meister der Fantastik. Kai Mayer, Bernhard Hennen und du. Spielt ihr auch so ein bisschen das Game of Thrones? Wer darf auf dem eisernen Thron sitzen? Oder ist das eher so ein juwialer Austausch? Ihr kennt euch ja seit 15, 20 Jahren. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir kennen uns so lange, seit ich dabei bin. Die anderen sind ja schon länger mit unterwegs in Sachen Fantastik und Büchern. Das ist da völlig entspannt. Also da hat jeder seinen eigenen Sitz. Ob das jetzt ein Thron ist oder ein Melkischemel oder das ist. Hauptsache, man sitzt bequem, sage ich jetzt mal. Darum geht es gar nicht. Also Hauptsache, das Ding ist bequem und wo du sitzt, ist eigentlich völlig schnurz. Hauptsache, du hast was zum Sitzen. Ja. Ja, ihr kommt euch ja tatsächlich inhaltlich auch gar nicht so sehr ins Gehege, weil man schon ja durchaus gut sehen kann, wer schreibt in welchem Bereich, wer hat wo seinen Fokus. Eine Zeit lang war das ja so. Und da kannst du mal ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen. Du warst ursprünglich Journalist oder hast da mal begonnen und hast aber natürlich nebenher geschrieben. Du wolltest ursprünglich immer mal Autor werden, Schriftsteller. Du hast das auch gemacht. Und Anfang der 2000er, das war vielleicht so ein bisschen die Hochzeit der Deutschen Fantastik. Es gab natürlich von Stan Nichols, gab es die Orks, die waren ein paar Jahre zuvor rausgekommen. Ein großer Erfolg und dann vom Heine Verlag dieses Bestreben, Mensch, was können wir da machen? Es wurden überhaupt viele deutsche Autoren, auch im historischen Bereich, im Thriller-Krimi-Bereich, reingeholt. Und jetzt gab es da diesen Augenblick, und ich weiß nicht, vielleicht kannst du es erklären, wie sehr das vom Heine Verlag angeregt oder vorangetrieben wurde, zu sagen, Mensch, da haben wir diesen Völker-Romane von Stan Nichols über die Orks. Und wie wäre es jetzt, wenn wir noch mehr davon machen? Jetzt gab es von Bernhard Hennen dann irgendwann die Elfen. Wir haben Christoph Hadebusch, die Trolle, von dir natürlich die Zwerge, mit einem irren Aufschlag. Das war, glaube ich, dein größter Durchbruch dann mit die Zwerge. Alles Anfang der 2000er. Wie sehr war denn das orchestriert? Oder war das Zufall? Also, mit 14 wollte ich unbedingt Autor werden. In der Oberstufe habe ich gemerkt, als Kreativer bist du abhängig vom Geschmack anderer Leute. Ich stelle ja etwas her, was keiner zum Leben braucht. Manche sagen, Literatur ist für manches Literatur lebensnotwendig, aber du brauchst was zu essen, was zu trinken und da, wo du sicher schläfst. Also, weißt du, ich mache etwas, was Menschen nicht zwangsläufig brauchen. Das heißt, sie geben dir das Geld freiwillig. So, wenn ich der Meinung bin, es ist der beste Roman, den ich hier geschrieben habe und können alle anderen der anderen Meinung sein, ist mein Problem, weil dann kriege ich kein Geld. Also habe ich gedacht, nee, werde ich Lehrer, ist viel besser, weil Beamter, super Bezahlung und die Ferienzeit fand ich auch okay. Ja, genau. Und egal, ob die Kids das wollen oder nicht. Jetzt ist Französische Revolution, Tafelbild, so. Bech gehabt. Aber ich habe gemerkt während des Studiums, ich war tatsächlich auf Lehramt unterwegs, das wird nichts, die Kreativität steht dem Ganzen immer entgegen. Und habe auf Magister gewechselt, habe während des Studiums angefangen, für die Zeitung zu arbeiten, damit ich im Schreiben der Nähe bleiben kann. Und habe, als das Studium fertig war, hauptberuflich als freier Journalist gearbeitet und habe nebenbei Bücher geschrieben. Los ging es bei mir mit Uldat, erschienen im Jahr 2002. Dann kamen ein paar Shadowrun-Romane, wieder viele Grüße an die vielen Rollenspieler da draußen. Und dann, jetzt kommt die Frage, die du ursprünglich gestellt hattest, wie lief das damals? Fun Fact, das Buch Die Orks von Stan Nichols ist ein altes Buch. Das war schon drei Jahre vorher erschienen. Aber, nee, nee, in England ist das, glaube ich, noch früher erschienen. Ging so, mit amazing Erfolg. Dann kam aber das Ding, wofür die Fantasy weltweit heutzutage noch extrem dankbar sein muss. Kollege Jackson hat Herr der Ringe verfilmt. Und plötzlich war die Fantasy, wo wir früher als Rollenspieler, als Fantasy-Leser ausgelacht worden sind, oh, das sind die komischen Elben, Elfen, Feen, habe ich verwechselt. Plötzlich kam das ins Kino, es wurde visualisiert. Und Menschen fanden es nicht mehr so scheiße, wie sie es früher gefunden haben. Und dann entstand plötzlich ein Riesen-Hype, ein Riesen-Interesse an der Fantastik. Primär an der Fantasy, also die klassische High-Fantasy. Genau. Dann hat Heine was Schlaues gemacht, die haben gesagt, wir haben doch noch das alte Buch von Stan Nichols, siehst du das nicht, die Orks, auf den Markt gebracht. Und deshalb sage ich, Kreativität und Erfolg hat ganz viel oft mit, ich sage mal, Timing oder Zufall zu tun, dass du zur richtigen Zeit da bist, wenn irgendeine Nachfrage entsteht und Leute plötzlich ein Buch kaufen. Entstand, denn Fantasy war plötzlich angesagt, die Orks lief super und Heine war dann auf der Suche nach ähnlichen Romanen. Gab es in dem Fall im deutschsprachigen Bereich nicht. Bei mir hat dann das Telefon geklingelt und Heine hat gefragt, können Sie sich vorstellen, eine klassische Fantasy-Geschichte zu schreiben? Wir wissen, Sie haben Uldat geschrieben und Sie waren Rollenspieler und Sie haben Shadowrun. Geht das? Da dachte ich mir, ja. Welches Volk würde Sie denn so interessieren? Die Orks sind ja schon von Stan, dachte ich. Zwerge. Entsetzt zur Stille am Telefon, weil ich glaube, Sie haben ein bisschen mit gerechnet, dass ich sage Elfen oder Elben. Weil, das war der Legolas-Effekt, alle Leute, die im Kino waren, Legolas, die Männer, aber Elben als Rollenspieler waren nie meins. Ich war immer Team Dwarf, also klassische Fantasy war für mich immer Zwerg, den habe ich besser verstanden. Sie haben einen eigenen Sinn für Humor, sie mochten Bier, sie waren ein bisschen kerniger drauf, check. Genau, dazu, wenn ich kurz einhaken darf, auch für die Leute, die es gelesen haben, das erinnert mich so ein bisschen an Karotte. Du kennst Karotte, man muss dazu sagen, von Terry Pratchett aus der Scheibenwelt, Karotte, der sich für einen Zwerg hält, weil er bei den Zwergen aufgewachsen ist. Du bist auch irgendwie fast 1,90 Meter groß, du bist ein Bär, wenn man dich sieht und das fand ich sehr charmant, dass du dich mit den Zwergen identifizieren kannst, weil das so optisch überhaupt nicht zu dir passt. So sind wir kreativ, wir können schon Sachen einfinden, wo du auf den ersten Moment denkst, was, wie geht das denn? Tja, weil wir es können, wie es so schön heißt. Aber das können ja die meisten kreativen. Und so kam die Zwerge 2003 als erster deutscher Völkerroman sozusagen auf den Markt. Es wusste keiner, ob das funktioniert, was ein Erfolg wird, ob die Leute sich für Zwerge interessieren. Sie interessieren sich für Zwerge. Und dann kam, ich glaube, dann kam Bernhard, dann kam Christoph, also dann kamen die anderen Völkerromane sozusagen. Also angefangen hat alles mit Stanley Nichols. Als englischer Autor, dann kamen die Zwerge und dann die Elfen, die Trolle, die Knurr, ich dann, wie gesagt, alle anderen. Ausgelöst, nochmals, durch den Riesenerfolg im Kino vom Herr der Ringe. Ohne diesen Megaerfolg von Kollege Jackson hätte es diesen Hype, diese Begeisterung, dieses Interesse, was ja positiv für uns war, bis heute ist, hätte es nie gegeben. Und deshalb meinte ich, manchmal musst du mit zur richtigen Zeit und dem richtigen Ort sein. Fun Fact am Rande, die erste Auflage von Uldat, mein Erstlingswerk im Jahr 2002, hatte eine Startauflage von 2500 Stück. Davon hätte ich nie im Leben leben können. Ja, und inzwischen ist das eine Reihe geworden, sehr erfolgreich. So ist es. Aber auch das stand damals nicht so klar im Raum. Und auch da muss man einfach sagen, durch den Erfolg von den Zwergen haben sich die Leute natürlich interessiert, was hat der Heiz noch so gemacht? Und haben dann auf Uldat zugegriffen, weil das damals das Einzige war, außer Shadowrun, was es noch in Fantastik gab. Und seit 2003, die Zwergen feiern nächstes Jahr, muss man sich vorstellen, 20 Jahre. Ja. Und haben immer, immer noch brutal coole Fans, brutal viele Fans. Und ich sehe es jetzt ja, die neue Zwergereihe, wenn man so möchte, ist jetzt erschienen. Gerade aktuell der zweite Teil rausgekommen. Genau. Und auch da sind die Fans wieder mit an Bord. Deshalb, wie gesagt, muchas gracias, wie man so sagen würde. Das ist großartig. Und ehrlich gesagt, ich hätte das damals nicht gedacht, vor fast 20 Jahren. Und der Heine Verlag, damals Heine, dann Pieper und jetzt Pieper und Knauer, wo die Reihen erschienen sind. Ich glaube, das hat auch keiner so geahnt. Ja, das, was du sagst, ist richtig. Also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und egal, wie gut der Roman ist oder egal, wie gut man schreibt. Das Gleiche ist ja auch bei Leuten, die dann, und das erlebst du ja auch jetzt gerade, du hast unter Pseudonym Roman herausgebracht. Und inzwischen ist klar, wer dahinter steckt, aber auch da weiß man nicht. Also ich schreibe das, ich bin ja derselbe Mensch, ich schreibe das. Und warum funktioniert das eine, warum funktioniert das andere nicht? Da sind so viele Unwägbarkeiten. Man muss ja einfach nur in der Geschichtsliteratur zurückgucken. War Herr der Ringe damals als Buch ein Erfolg, ein kommerzieller? Ja, nein. Also ganz viele Werke, von denen wir heute sagen, es sind Klassiker, sie sind mega erfolgreich, haben es damals zu der Zeit, das gilt auch für Musik, das gilt auch für Malerei, haben zu der damaligen Zeit entweder keine Rolle gespielt oder sind so mitgelaufen. Und die kamen sozusagen im Laufe der Jahre erst hinterher richtig, richtig, richtig groß raus. Insofern ein Riesenprivileg, dass es bei mir relativ schnell funktioniert hat. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Du weißt auch nicht, warum. Wenn alle das wüssten, gäbe es nur erfolgreiche Kreative, egal welcher Genre, egal welcher Bereich. Und es gäbe nur reiche Verlage, weil sie immer genau wüssten, was die Leserinnen und Lesern gerade haben wollen. Und das ist halt immer dieses zum Teil Begeisternde. Du freust dich tierisch drüber, dass was ein Erfolg wurde. Und das riesige Frustrierende, weil du echt viel Zeit, Recherche und sowas investiert hast. Und alle so, ja, war jetzt nett. War okay. Aber war okay jetzt. Aber das ist halt immer dieses Auf und Ab. Das ist wirklich manchmal hart. Aber bei mir wäre das jammern auf hohem Niveau. Insofern lasse ich das. Aber wie gesagt, auch als bekannter Autor, Maxim Wohland, das ist das Pseudonym, das du angesprochen hast, bewusst gewählt, nur für Thriller, ohne irgendwas Übersinnliches. Die Republik hieß der Roman. Es ging um eine fiktive DDR, die praktisch die BRD übernommen habe und nicht umgekehrt. Das war ganz okay. Aber halt kein Vergleich zu manchen anderen Sachen, die ich schreibe. Da muss man dann durch. Ja, ich denke, du kannst dir das auch vermutlich durchaus leisten, dass da mal ein paar Romane so okayisch laufen. Andere Leute, die geben dann vielleicht auf. Die sagen so, ich habe das jetzt zweimal probiert, jetzt dreimal probiert. Klappt offenbar nicht, dann lasse ich das einfach. Oder sind frustriert oder was. Da bist du natürlich in einer sehr angenehmen Lage. Das meinte ich als Werke Jammer, genau. Ja, jetzt haben wir die meiste Zeit über High Fantasy gesprochen. Das ist aber natürlich nicht alles, was du machst. Du hast gerade dein Pseudonym erwähnt. Das ist so ein ganz klassischer Thriller, würde ich mal sagen. Alternate Reality. So wie Vaterland beispielsweise mit einem alternativen Szenario der Weltgeschichte oder Man in the High Castle oder was auch immer. Das ist also mal was ganz anderes. Zusätzlich schreibst du ja aber auch, außer den großen Reihen wie Uldat oder die Zwerge, durchaus Horror, Krimi, Thriller als separate Werke. Hast du da ganz bewusst eine andere Herangehensweise in Form von anderer Dramaturgie, anderer Sprache, anderer Drastik in der Darstellung der Splatter-Szenen? Also bei meinen Kinderbüchern halte ich mich sehr zurück. Ja, denn gut. Also es gibt tatsächlich Bilderbücher, zwei Stück von mir. Das ist zwar auch im Gruselbereich, Prima Monster und das Angstmacherchen. Aber das ist natürlich sehr zurückgefahren für Kiddies halt. Da darfst du nicht auf die Gedärme-Tube treten. Da musst du dich zurückhalten. Klar ist natürlich ein, wenn ich, ich mache das ja gerne im Horrorbereich, dass ich einen Gegenwartsteil habe und einen Vergangenheitsteil, oft historisch angelehnt. Ich habe mal Geschichte studiert, das muss man nicht, um Romane zu schreiben. Aber für mich war das Geschichtsstudium großartig, weil das ist bis heute ein Fundus für Storys, also Geschichte buchstäblich. Und da muss ich natürlich mit der Sprache spielen. Weil wenn ich einen Mittelalter-Teil schreibe oder frühe Neuzeit-Teil, muss der natürlich sprachlich anders klingen als das, was ich im gleichen Roman habe, im Neuzeit-Teil. Also wir müssen schon einen Unterschied sehen. Das hat mich extrem zum Beispiel irritiert, auch wenn es Fantasy ist, um kurz zurückzuspringen, bei der Serie The Witcher, als der plötzlich mittendrin Fuck sagt. Also dieses Wort Fuck war für mich in dem Moment, weil es ja eine fantastische Welt ist, war ich völlig irritiert. Sowas darf mir dann im historischen Teil, in meinen Romanen nicht passieren. Weil Witcher ist es okay, ich verstehe das, warum das so ist, weil es ja Fantasy ist, man kann das machen, trotzdem irritiert es mich in dem Moment. Ist ja mein Problem. Aber wenn ich historische Romane schreibe oder historische Teile schreibe, sollen die nach Mittelalter klingen, sollen die nach früherer Neuzeit klingen. Das muss dann nicht gestelzt klingen, auch da musst du den feinen Grat finden, wann klingst du wie ein schlechter Besucher auf dem Mittelaltermarkt. Höret, höret, was ist euer Begehr oder so. Ja genau, es sind dann derer zwei Silberlinge. Eieiei, also das ist natürlich witzig, also von den Schaustellern ist es immer witzig gemeint. Aber es gibt halt manche Besucher, die driften dann so ein bisschen rein. Also so darf es dann nicht klingen. Da muss man aufpassen eben. Horror darf es natürlich ein bisschen mehr sein, aber auch bei der Fantastik, da ich ja mehr im Dark-Bereich unterwegs bin, wissen die Leute schon, dass ich schon beschreibe, was passiert, wenn ein Schwert irgendwo einschlägt oder der Pfeil durch und so weiter und so fort. Das gehört aber schon dazu und das war von mir von Anfang an so gewollt, weil einfach gezeigt werden soll, was passiert, wenn du jemanden verletzt oder wenn eine Klinge, ein Projektil oder sonstige Fremdkörper in den Körper eindringen. Ja, aber gut, das ist natürlich dem Setting geschuldet, zum Teil logischerweise, historisches Setting, was auch immer. Aber darüber hinaus, du jetzt als Markus Heiß, als Autor, würdest du auch sagen, du hast zu verschiedenen Autoren Persönlichkeiten und dann beschreibst und schreibst du auch anders. Das meinetwegen etwas längere Sätze, mehr Naturbeschreibungen, etwas elegischer oder hier etwas knackiger, ein bisschen mehr so ein noires Stil. Also gibst du dir da bewusst Mühe, als andere Autoren Persönlichkeit auch wahrzunehmen oder würde man als Außenstehender sagen, ja, das ist ein typischer Heiz, so wie er halt schreibt, das ist nur eine andere Geschichte. Also ich glaube, dass es typische Elemente gibt, die du in allen Romanen findest. Es gibt aber genauso untypische Elemente, die du so nur in einer Reihe findest oder in einem Werk. Ära zum Beispiel, gibt es zwei Bände, da gibt es einen Kommentator, so nenne ich ihn. Und immer, wenn der im Roman zum Einsatz kommt, gehe ich in die Ich-Perspektive, wo ja bei Verlagen und Literaturagenten alle Alarmglocken angeht, weil die Ich-Perspektive ist immer hochgradig. Oh, was wollen die Leserinnen und Lesern dazu sagen? Aber hier ist es enorm witzig, weil ich in die Ich-Perspektive umschalte und der Typ natürlich ganz anders redet. Der rotzt raus, der benutzt Fäkalen in Sprache ohne Ende und ist sehr schnodderig. Das würde mein Hauptheld natürlich in der Art und Weise nicht tun. Ich würde auch im Roman so nicht schreiben. Aber dadurch, dass ich in die Perspektive von dem Typ reingehe, darf ich alles tun im Endeffekt. Ja, nach so einem Erzähler richtig gehen. Genau, dann ist es ja eine andere Person. Natürlich klingt Maxim Wohland in die Republik anders als jetzt ein Vampir-Roman. Trotzdem ist es mir aber ganz wichtig, auch wenn wir in der Fantasy zum Beispiel unterwegs sind, dass ich nicht vier Seiten Landschaftsbeschreibungen mache. Nein, also das war in Karl May war das immer so Sache, was mich früher genervt hat. Wenn du vier Seiten Landschaftsbeschreibungen hattest, du hast darauf gewartet, wann passiert denn endlich was. Und da wusste ich, das wird sowieso nicht funktionieren, weil Lesen ist ja immer ein doppelt kreativer Prozess. Einmal habe ich was geschrieben und dann geschieht ja was beim Lesen im Kopf der Leserinnen und Lesern. Das heißt, das Bild, das ich vorgebe, ist nicht das Gleiche, was bei ihnen entsteht. Somit kann ich beschreiben, was ich will. Es wird immer ein anderes Bild sein als das, was ich im Kopf habe. Das ist ja das Schöne an der Sache. Deshalb reicht es im Grunde, markante Punkte vorzugeben, eine Grobbeschreibung aber nicht zu allgemeingültig zu geben. Und den Rest machen die Leserinnen und Leser sowieso im Kopf. Ja, das füllt man selber aus, ja. Ich hatte an einer, nein, an mehreren Stellen von dir gelesen und gehört und gesehen in verschiedenen Interviews, Oh mein Gott, es gibt Beweise, ja. Ich habe dich gestalkt. Nein, oh mein Gott. Dass du ein Planer bist, sprich, also es gibt ja unter Autorinnen und Autorinnen so diese zwei Lager, würde ich mal so sagen, oder vielleicht ist es auch eine Skala, ja, fließend von Leuten, die sagen, sie seien Bauchschreiber und Leute, die sagen, sie seien Planer. Was ist damit gemeint? Das sind Bauchschreiber, das sind eben Leute, die schreiben mehr oder weniger aus dem Bauch heraus drauf los. Die haben eine vage Idee, die gehen vielleicht einer Frage nach, aber die planen nicht alle Details der Geschichte im Vorwege. Das entwickelt sich während des Schreibens. Dazu gehörig natürlich eben auch die ganz vielen Überarbeitungen, die dann möglicherweise notwendig sind. Das andere sind die Planer, die also im Extremfall sehr, sehr detailliert und interessanterweise sind das oft Journalisten, die sowas erzählen. Gerade jetzt neulich mit Andreas Ischerdo gesprochen, der also wirklich ein 30-40-seitiges Treatment schreibt mit sämtlichen Szenen und deren kompletter Ablauf der Geschichte vorher plant. Und dann erst beginnt, den Roman tatsächlich zu schreiben, also die Prosa zu schreiben. So ähnlich scheinst du ja auch eher auf der planerischen Seite zu sein. Kannst du ein bisschen erklären, wie du vorgehst so schrittweise? Womit beginnst du? Was sind die einzelnen Phasen bei dir? Im Endeffekt muss jeder so schreiben, wie er möchte und herausfinden, was ist für ihn die beste Art zu schreiben, als Autor, als Autorin. Es gibt Leute, die fühlen sich mit diesen einen Ideen, ich schreibe drauf los und gucke, wo ich rauskomme, total wohl, ist mir zu heikel. Gerade wenn wir von Reihen reden, wo ich ja wissen muss, das ist immer das Eleganteste, was man machen kann. Wenn ich mit dem zweiten Band was andeute und ziehe das im vierten aus dem Hut und kann nur sagen, aha, ich habe das vorbereitet im zweiten und dann kannst du genau nachweisen, der Junge hat sich voll Gedanken gemacht über irgendwas. Finde ich sehr beruhigend. Ich bin immer sehr beruhigt, wenn ich weiß, wo ich hin will. Am Anfang ist die Idee, dann entsteht aus der Idee ein Plot, ein Fahrplan. Ich bin nicht ganz so exzessiv, bei mir sind es um die zehn Seiten Plot mit den verschiedenen Szenen, auch mit den verschiedenen Personen, die vorkommen. Das heißt, der komplette Ablauf steht als Skelett, als Gerüst. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, wie du schon gesagt hast, das sind 60 Seiten, das sind oft Journalisten oder kommen aus dem Drehbuchbereich, wo sie wissen, es muss alles vorher geschrieben sein, sonst zereist uns der Regisseur das, der will genau wissen, was es ist. Genau, Karl Mayer ist auch so ein Kandidat, der sagt, ich werde nervös, wenn ich vorher nicht weiß, was als nächstes passiert. Aber ich lasse mir trotzdem immer genug frei halten, dass ich praktisch beim Schreiben, wenn ich eine Szene fertig habe, so wie ich sie mir vorgestellt habe, lasse ich aber in der Szene so ein bisschen Freiraum, um zu sehen, hat das alles so funktioniert. Wenn ich beim Schreiben eine Idee habe, wie es besser sein könnte oder etwas bereichernd funktioniert, wird das natürlich der Rest meiner Seiten entsprechend angepasst. Also du hast ein Gesamtwerk, du hast ein Gemälde, du hast deine Vorzeichnung, da fängst du an, da denkst du, ach nee, die Wolke sieht dann so besser aus. Da musst du natürlich unten gucken, dass der Schatten anders aussieht. Also es ist ein kreativer Vorgang, aber mit ganz klaren Vorgaben, damit ich weiß, wo der Anfang ist und wo ich hin will, damit alles passt und auch zu den anderen Bänden vorher eventuell und den Bänden, die danach kommen, dass das sich immer noch fügt. Sonst wird das sehr, sehr konfus. Was ich mir sehr schwierig vorstelle, wenn das eine Reihe ist, an der man zehn Jahre arbeitet, dass man dann im neunten, zehnten Jahr noch genau weiß, wo an welcher Stelle ich in welchem anderen Band irgendwas geschrieben habe. Ach nee, da hatte ich aber gesagt, es sei so und so. Wie organisierst du das alles? Wer das behauptet, aus dem Stand sagen zu können, was er vor zehn Jahren geschrieben hat, das glaube ich nicht. Dann hat er entweder ein Bot oder irgendwas, der schnell nachschaut oder so. Ich gestehe, selbst wenn ich jetzt mit den Zwergen, als ich mit den Zwergen weitergemacht habe, ich muss mich erst wieder einlesen, ich muss meine alten Aufzeichnungen früher angucken, damit ich überhaupt noch weiß, wer wo, wann im Spiel ist. Das gehört aber dazu. Wenn du 60 Romane geschrieben hast, bist du raus. Also du hast ja jetzt keine organisatorische Datenbank, wo du alles... Doch, das habe ich ja alles, wo, also nicht unbedingt so bibelmäßig, aber doch schon so, dass ich meine ganzen Aufzeichnungen habe, meine ganzen Notizen. Es werden auch immer die letzten beiden Romane oder ein Roman, je nachdem wie viel es ist, wird auch nochmal gelesen, damit ich erst in die Stimmung komme und zweitens nochmal sehe, ah, richtig, da war das und das und das und das und das, damit alles nochmal präsenter ist, also in die Stimmung reinkommen. Und dann, das ist lustig, kommen ganz viele Details, die unbewusst abgerufen werden, weil das Hirn, das ist ja eigentlich schon eine gute Einrichtung, zieht dann irgendwelche Schubladen auf, wo ich jetzt bewusst aus dem Stand nicht sagen könnte, aber wenn so das Gesamtumfeld plötzlich greift, dann kommen wieder, ah ja, aber das und das und das und das und das und das. Das funktioniert sehr gut. Aber wenn du mir jetzt eine Detailfrage aus dem ersten oder zweiten Uldat-Band stellen würdest, der im Jahr 1999 entstanden ist, da wäre ich raus. Da muss ich, das ist bei Lesungen, natürlich lesen die Leute in dem Moment zum ersten Mal Uldat, für mich ist das über 20 Jahre her, also muss ich einfach sagen, weiß ich nicht, muss ich nachschauen, vielleicht finde ich es dann nochmal. Ja, das gehört dazu, weil natürlich könnte ich mir irgendwas erzählen, aber früher oder später fällt es damit sowieso auf die Schnauze. Insofern lieber ehrlich sein und sagen, weiß ich gerade nicht, muss ich nachschauen. Ja, und vor allen Dingen, das sind ja keine dünnen, schlichten Romane, die sind dick, die sind wahnsinnig komplex mit unglaublich vielen Figuren und vielen, vielen Handlungssträngen. Jetzt mal eine Frage dazu. Ich habe das jetzt schon einige Male erlebt, dass Leute, die anfangen zu schreiben, sagen, oh, ich möchte als erstes einen Fantasy-Roman schreiben, ich habe da eine riesengroße Idee, das werden drei Bände. Und haben sowas aber noch nie gemacht, auch noch keinen anderen Roman geschrieben und fangen dann gleich mit so dem Komplexesten an, was man tun kann und stehen dann natürlich vor der Herausforderung, wie behalte ich einen Überblick über die Gesamtdramaturgie, wie verflechte ich die ganzen Handlungsstränge und während man sich dann häufig darauf konzentriert, wie schaffe ich das handwerklich und lalala, ist dann eines, was ich bemerke, oft vernachlässigt, ist das World Building dahinter. Was so ein bisschen vernachlässigt wird, wo man denkt, ja, das gibt da halt, hier ist ein Dorf mit Elben und da hinten, hinter dem Gebirge, da gibt es halt eine Stadt der Gnome und dann gibt es diese fünf magischen Steine und hier gibt es eine magische Barriere, das wird dann alles so platziert, aber die ganzen Gründe und die Geschichte und alles drumherum ist irgendwie unklar und die ganzen Konsequenzen, die das dann haben würde, politisch, gesellschaftlich, religiös, all das Ganze wirtschaftlich, historisch, das wird überhaupt nicht ausgearbeitet. Du kennst das natürlich, dass das wichtig ist, wenn man ein paar solcher Romane gelesen hat, dann weiß man, wie komplex das ist, also schaut man sich einfach nur Game of Thrones an, selbst wenn man das noch nie gelesen hat, kann man es ja jetzt im Fernsehen sehen, da kriegt man einen Eindruck davon, was World Building ist, Herr der Ringe natürlich als klassisches Beispiel, oder wenn man im Rollenspielbereich unterwegs ist, da geht es nur darum, dieses gesamte Setting, das muss stimmen und der ganze Lore dahinter, wie gehst du da vor, um so etwas zu entwickeln? Natürlich, sagen wir mal jetzt, wir nehmen die Zwerge oder Uldat über viele, viele Jahre hinweg, nach dem dritten, vierten, fünften Roman wächst das sicherlich, aber wenn du beginnst, beim allerersten neuen Roman, Das ist eigentlich der Klassiker, wir haben im Vorfeld ja kurz darüber gesprochen, Jahrgang 71, das heißt, ich war zur Hochphase von Pen, Paper mittendrin statt nur dabei, wir haben alles gespielt, was es damals gab, zuerst nur deutsche Systeme, das war der Anfänger, weil es gab, das war das einzige deutsche System ganz früher, und dann mit steigenden Englischkenntnissen, alles, alles, was es gab, haben wir gespielt, und damit lernst du automatisch, was es geht bei Worldbuilding, also wirklich von der großen Landkarte bis, wie heißt die Münze, im Königreich Füddeldöd, das ist also, dass du auf Anhieb nachschauen kannst, du musst es nicht immer auswendig wissen, aber du musst wissen, wo es steht, damit du sagen kannst, ach ja, richtig, hier ist die Währung Füddeldöd angesagt. Am Anfang beginnt, wenn ich eine neue Welt baue, die Landkarte ist immer das Erste. Die Landkarte, dann werden die Reiche eingezeichnet, aus den Reichen und der Anlage ergeben sich schon gleich wieder Konflikte und wer hat das meiste Wasser, warum ist da ein Berg, was brauchen die zum Leben, das heißt, ich kann hier schon ganz viel Dynamik reinpacken, bevor das Abenteuer überhaupt angefangen hat. Und dann, das ist im Grunde wie in unserer Welt, überlegen, was gibt es alles, was für eine Regierungsform haben die. Ist eine Regierungsform, sind da schon wieder Konflikte angelegt? Ist irgendein Gebiet besetzt worden von jemand, warum ist das besetzt worden und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was es in unserer Welt gibt, an Konflikten, an Hohlmaßen, an Münzeinheiten, an Gewichtsbezeichnungen, brauche ich in dieser Fantasy-Welt. Ich als Autor muss es wissen und um es jederzeit abrufen zu können, natürlich mache ich keinen Infodrop und erzähle erstmal stundenlang, übrigens in dem Land Dödödöd gibt es folgende Münzen. Nee, das interessiert niemand, aber dass du jederzeit nachschauen kannst, wie ist deine Welt gebaut, wo finde ich was, wer hat welche Struktur, welches Problem haben die und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig, aber als Rollenspieler habe ich das über Jahre einfach gelernt und das ist so drin und es ist so wichtig, dass das stimmt. Denn du brauchst eine Welt und stellst Regeln auf. Und die Regeln müssen immer funktionieren und müssen immer gelten. Es sei denn, du willst sie brechen und dann musst du erklären, warum du sie brichst und welche Konsequenz daraus sich wieder ergibt. Aber nicht willkürlich sagen, wie du vorhin gesagt hast, ja, die Gnome, nee, die können zwar fliegen, aber nur rückwärts und in dem Fall jetzt nicht mehr, weil es regnet. Also da merkst du plötzlich, jemand hat versucht, Gedanken zu machen, kommt aber dann voll ins Straucheln und weiß nicht mehr, wie er da rauskommt. Sowas darf halt nicht passieren und je mehr Gedanken man sich im Vorfeld macht über das Land, über das Setting, umso sicherer ist man später beim Schreiben. Und abgesehen davon macht das Weltnerschaffen tierisch viel Spaß. Ja, natürlich. Also ich meine, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an sowas wie, sagen wir mal, die unendliche Geschichte. Da ist ja kein sehr komplexes Worldbuilding betrieben worden. Das ist ja eher märchenhaft. Es gibt einfach verschiedene Figuren, es gibt verschiedene Orte, wo bestimmte Handlungen stattfinden, aber es gibt kein großes Netzwerk oder sowas, man weiß. Es gibt hier die kindliche Kaiserin und dann gibt es hier das Nichts und dies und jenes. Aber das ist natürlich auch für Kinder geschrieben. Ja, oder zumindest vordergründig für Kinder, sagen wir mal so. Aber das Ganze ist ja eine große Allegorie, es ist ein großes Märchen. Wenn ich das aber jetzt natürlich mit verorte in einer Welt, die sich real anfühlen soll, dann muss das eben auch Hand und Fuß haben und muss auch stimmen. Das ist ein anderer Ansatz. Wie du schon gesagt hast, das eine, das Märchenhafte wird nicht gleich hinterfragt. Wenn du aber Geschichten erzählst, wo es um Abenteuer geht, um Aufträge, um was auch immer, dann musst du ja viel mehr Informationen liefern als es ist halt so. Also es ist halt so, ist halt immer so. Das letzte schlechte Argument ist halt so. Die Diskussion ist so. Genau, jetzt frag nicht weiter. Frag nicht weiter, ist so. Und das ist schwierig. Aber auch so Kleinigkeiten sind entscheidend. Es ist ja bei uns in unserer Welt genauso. Das wunderbare Beleidigungszeichen aus England, das hier, musst du aufpassen. Das ist Victory und das ist schlimmer. Ja, ganz genau. Wenn du sowas in einen Fantasy-Roman einbaust, wo du halt als Neuling irgendwo hinkommst, du machst irgendeine Geste, die bei dir bedeutet, ich finde dich super, kriegst direkt vor Ort einen auf die Zwölf und dann, das sind so Kleinigkeiten. Aber auch das trägt alles zu einer Lebendigkeit einer Welt bei, die es zwar nicht gibt, aber so geben könnte. Ja, eben, oder ganz, wie die verschiedenen Völker oder Rassen oder auch Klassen, wie die zueinander stehen. Wenn ich einfach in so eine Stadt reinmarschiere und ich sehe aber ganz offenbar aus wie ein Bauer, ist das in Ordnung? Wie reagieren die auf mich? Gibt es da Vorurteile? All diese ganzen Geschichten. Diese Recherche ist aber auch beim historischen Teil, ich sitze jetzt wieder am Projekt, aus dem ich über dramaturgische Gründe noch nichts sagen kann an dieser Stelle, wird erst nächstes Jahr im Herbst relevant. Es hat einen historischen Teil und ich dachte schon, Die dunklen Lande, das ist ein Fantasy-Roman, der in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges spielt. Also es ist natürlich ein Fantasy-Roman, aber es gibt ganz viele Sachen, die real im Dreißigjährigen Krieg passiert sind. Sowas finde ich großartig. Sowas habe ich jetzt wieder und ich dachte eigentlich, mit dem Dreißigjährigen Krieg habe ich das Komplexeste erledigt. Was ich an Hintergrundinfo machen müsste, habe ich mich getäuscht. Ich habe wieder was gefunden, wo ich denke, nee, okay, das war eine Übergangszeit. Ach, der, oh, das ist schwierig. Das ist für den Leser und die Leserinnen später möglicherweise irrelevant. Aber ich muss wissen, wo zu der Zeit wer unterwegs war und was möglich ist oder unmöglich ist. Ja, genau. Mir macht das Spaß. Ich finde das großartig. Andere Leute würden verzweifeln. Aber ich finde sowas, ich finde sowas mega spannend. Wie gesagt, es kann sein, dass es später gar keine Rolle spielt, für die, die es lesen. Aber es ist wichtig, damit der Roman später sitzt, passt und mir keiner sagen kann, ich habe nachgeguckt, das war übrigens gar nicht so und so, es war nämlich so und so. Und dann würde ich mich riesig ärgern. Ist das so, dass du, wenn du mit einem neuen Roman beginnst, am Anfang eine Idee für einen speziellen Plot hast und ein bestimmtes Setting und dann bei dieser Recherche oder bei dem World Building, wenn es eine fantastische Welt ist, vielleicht diesen Plot auch anpasst aus den Zwängen, die sich ergeben oder machst du es dann andersrum? Es ergibt sich oft ganz viel, was bisher immer so war, dass das ergänzt hat, was ich sowieso vorhatte. Das finde ich super lustig, dass sich dann plötzlich Sachen ergeben, die so aus dem Nichts aufpoppen und nur scheinbar darauf gewartet haben, dass jemand vorbeikommt mit der passenden Idee und denkst, ach, super, das passt ja, habe ich vorher zwar nicht gewusst, aber das fügt sich perfekt ein. So ist es, ich glaube, in 90 Prozent der Fällen. Also es ist tatsächlich so. Das kann natürlich auch daran liegen, weil man jetzt so eine ganz spezifische, fokussierte Aufmerksamkeit hat. Genau. Das heißt, es fallen einen Dinge auf, die jetzt reinpassen, die einem sonst aber einfach nicht aufgefallen wären, weil man nicht mit diesem Blick da drauf schaut. Genau. Und gerade das Historische finde ich super spannend und es hat da immer noch Sachen auf Lager. Vor einigen Jahren, ich glaube 2018, kam das Teufelsgebetbuch, basierend auf der schlichten Frage, woher kommt eigentlich das Kartenspiel? Also das James Bond spielt ständig Poker, alle Leute spielen Kanasta, Bridge, Romy, Skat, Schafkopf, Yu-Gi-Oh, Magic, also das Kartenspiel ist weltweit unterwegs. Und dann habe ich mir die Frage gestellt als Historiker, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her? Also wer hat das zum ersten Mal gespielt und wer hat es erfunden? Und daraus wurde, aus dieser simplen Frage, wurde das Teufelsgebetbuch, weil sich herausgestellt hat, ach, so ganz einfach ist es nicht. Und es ist super spannend, weil der erste Beleg ist aus dem 14. Jahrhundert und es war ein Verbot. Und ich glaube, es war sogar in St. Gallen, ich muss nochmal nachschauen, aber ist schon länger her. Es war ein Verbot, weil die Leute, das Kartenspiel war zum ersten Mal ein Spiel, das alle Klassen, alle Schichten gespielt haben. Vom Edelmann bis zum Bauer. Und sie haben das gemacht, was sie heute auch noch tun, sie haben um alles gespielt. Das heißt, das Kartenspiel hat Unfriede gebracht, weil die Leute ihr Haus, ihr Hof, ihr Vieh, ihre Kohle, alles verzockt haben. Also hat die Obrigkeit es verboten. Ja, das hat natürlich dann erst recht. Und was macht die Menschheit? Immer wenn man ihr was verbietet und sie tut es gerne, macht sie es trotzdem und die Obrigkeit hat dann mit Steuer reagiert, was bis heute so funktioniert. Irgendwas machen die Menschen. Du kannst sie nicht abgewöhnen, also verdienst du halt mit, ob das, ja, wie gesagt, Ob das Alkohol ist oder Zigaretten. Und die Spielkartensteuer gab es bis, ich glaube, in die 80er in Deutschland noch. Auch in Deutschland, das wusste ich gar nicht. An jedem Kartenspiel, das verkauft wurde, hat der deutsche Staat, aber es war dann so gering, dass der Aufwand sich nicht mehr gelohnt hat und das haben sie dann eingestampft. Aber diese Spielkartensteuer, die um 1400 entstanden ist, gab es jahrhundertelang und das ist so großartig und daraus ergab sich eben wieder was Neues. Das heißt, wenn es eine Idee gibt, wenn ihr Ideen sucht, immer hinterfragen, wo kommt das eigentlich her, wie ist das abgelaufen? Was steckt dahinter? Also, wenn es eine reale Idee sein soll. Du hast ja keinen Mangel an Ideen, das sagst du ja auch. Also, wenn es dir an etwas mangelt, dann Zeit. So ist es. Sind das dann aber in der Regel tatsächlich so wie jetzt Themen, Plots oder Settings? Oder passiert es dir auch, dass du eine verrückte Figur hast als Idee und dann schaust, um diese Figur herum möchte ich mal was erzählen? Also, dass du sagst, das ist eine character-driven Story und weniger, das ist ein cooler Plot und ein cooles Setting und da setze ich jetzt Figuren rein, die sich dem dann irgendwie notfalls auch anpassen, damit ich das mit Leben befüllen kann. Ich glaube eher, ich bin Team Plot und habe dann so ein, zwei Figuren, die ein bisschen abgehoben sind, wie vorhin der Kommentator, den ich erwähnt habe, der in der Ich-Perspektive redet. Character-driven Sachen mache ich gerne in Kurzgeschichten. Kurzgeschichten, da bin ich der komplette Antiplotter, da habe ich nur eine Idee und dann schreibe ich los und gucke, wo ich rauskomme. Und das ist für mich so ein bisschen Anarchie. Kurzgeschichten sind für mich immer Anarchie, weil ich mich da komplett austoben kann, weil ich nur diese eine Idee habe für eine Szene, für einen Charakter, für was auch immer und ich weiß, kann sein, dass da vielleicht irgendwann mehr draus wird, interessiert mich aber gerade gar nicht. Ich will nur dieses eine Ding erzählen und da bin ich glücklich und da schaue ich einfach, was passiert beim Schreiben. Ja, genau. Ja, fantastisch. Also gerade dieses Thema Worldbuilding, ich glaube, das ist etwas, was unterschätzt wird, wenn man das nicht im Blut hat, weil man das auch kennt und weil einem das Spaß macht. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe Karten. Also grundsätzlich Karten. Auch wenn ich irgendwo wandern gehe, ich mag gerne Karte sehen, wenn ich im neuen Land bin. Ich will auf einer Karte sehen, wo ich bin. Und ich habe natürlich als Jugendlicher auch Fantasy-Geschichten mir ausgedacht und das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Karte. Genau. Finde ich toll. Und wenn ich ein Buch gelesen habe und da war keine Karte drin, da war ich enttäuscht. Ja. So, aber so geht es natürlich nicht jedem. Kannst du dir vorstellen, dass sowas wie Worldbuilding auch, dass man da Workshops zumachen kann, dass man das beibringen kann? Also in Amerika gibt es ja das Kreative Schreiben als eigenes Fach, wenn man so möchte. Creative Writing kommt bei uns in der Schule ein bisschen zu kurz, aber da kommt vieles zu kurz in deutschen Schulen. Also das Kreative fällt so ein bisschen hinten runter, was ich sehr schade finde. Ich hatte mal an meiner alten Schule einen Workshop angeboten am Wochenende und der hat den Leuten richtig Spaß gemacht, weil das ist ein Workshop, der ist so ein Rundumschlag. Also geht es wirklich von Dreierckstruktur über Worldbuilding, über wie erfinde ich Charaktere bis hin zu, wir finden jetzt eine Geschichte, jeder erfindet für sich eine Geschichte und so weiter. Und das hat denen unfassbar viel Spaß gemacht und die Altersklassen waren auch sehr unterschiedlich. Also da ist jetzt nicht nur Oberstufe drin, sondern wirklich, ich glaube ab 6. oder 7. Klasse habe ich gemacht bis zur Mittelstufe, Oberstufe und das war total ja und lustig, was da alles rauskam. Also es ist machbar, kommt sicherlich auch an. Es ist definitiv machbar. Das hast du bisher noch nicht getan, breitflächig. Ich glaube schlicht und ergreifend, dass es eine Frage der Zeit ist und dass du in deutschen Schulen zumindest sowas nur über AGs machen kannst, weil es im normalen Lehrplan so nicht stattfinden wird. Ja. Ja, ich bedanke mich erst mal ganz, ganz viel für deine vielen Einblicke. Ich habe dir jetzt schon, weil wir eben von Zeit gesprochen haben, ganz viel davon geraubt. Danke auf alle Fälle dafür. Zum Abschluss noch vielleicht eine Frage für Leute, die jetzt sagen, oh Mensch, das klingt ja alles ganz interessant und das probiere ich jetzt auch mal aus. Du machst das jetzt schon seit über 20 Jahren und bist ein alter Hase. Im Laufe der Zeit hast du ja sicherlich auch viel gelernt für dich selbst, was funktioniert, was funktioniert nicht und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt mit einem neuen Roman anfängst, gehst du anders vor, einfach durch deine Erfahrung, als du es vor 20 Jahren gemacht hättest. Was sind denn so für dich die größten Erkenntnisse im Laufe der 20 Jahren, was du gelernt hast, wo du sagst, okay, das ist definitiv, was das sollte man vermutlich nicht machen oder das und das hat sich besonders bewährt. Hast du so ein paar Tipps aus deiner Weisheitskiste? Was ich oft gefragt werde, ist, dass Leute sagen, sie haben eine Idee für eine Story und haben die geschrieben, aber es sind nur 20 Seiten und eigentlich hatten sie viel mehr vor, aber sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Das ist wie, du hast die Idee für eine Hochzeitstorte und dann hast du so einen Rührkuchen und denkst, naja, eigentlich fehlt da jetzt noch, der ist nicht schlecht, der Kuchen, aber eigentlich sollte das ja bombastisch sein. Das ist eine einfache, eine einfache Vorgehensweise zu überlegen, Orte, Charaktere, Dinge in dieser Geschichte, die nicht lang genug ist, nochmal beleuchten. Also wo kommt die Figur her? Was hat die vorher gemacht? Welche Abenteuer können sie erlebt haben? Einfach ein paar Kurzgeschichten dazu schreiben, zu einem Ort vielleicht, was da alles passiert ist, zu einer Besonderheit, einem Artefakt oder was auch immer und gucken, ob diese Kurzgeschichten oder die Ideen dieses Buch bereichern und plötzlich wird aus den 20 Seiten dann doch 300 und dann sind die meisten verblüfft, weil oft steht nur ein Plot im Mittelpunkt, eine Geschichte erzählt werden soll und es wird vergessen, was man draußen rum alles noch erzählen kann, die aber alle relevant sind für diese eine Geschichte. Ich glaube, das ist so ein Ding, das am Anfang nicht so gesehen wird, dass viel mehr Möglichkeiten in dem stecken, was man sich da gerade ausgedacht hat. Ist aber der klassische Verlauter Bäume in den Wald nicht sehen, das ist so ein Klassiker, weil du so fokussierst auf eine Sache bist, dass du nicht einen Schritt zurück machst und sagst, ah, Moment mal, da ist doch noch viel mehr möglich. Ansonsten der ultimative Rat schlechthin, wenn was nicht so gut läuft, egal ob du es veröffentlicht habt als Self-Publisher im Verlag oder sonst wo, entspannt bleiben. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es hat oft nichts mit dem zu tun, wie ihr geschrieben habt, was ihr geschrieben habt. Ihr seid in dem Moment vielleicht zum falschen Moment mit der Geschichte rausgekommen oder kann sein, dass es ein paar Jahren anders sein wird. Das weißt du halt nie vorher. Das weißt du wirklich nicht, außer es ist jetzt wirklich so eine Serie wie die Zwerge oder irgendwas anderes Bekannteres, wo du weißt, das sind so viele Fans, danke, 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 dass man sich darauf echt verlassen kann, dass es gut läuft, wobei immer Aufregung dabei ist, weil ich halt immer noch nicht weiß, ob die Leserinnen und Lesern das jetzt gut finden, was ich mir ausgedacht habe. Das ist wieder eine andere Sache, aber dazu musst du als Kreativer einfach stehen und sagen, ich erzähle meine Geschichte, ich hatte bisher überwiegend Glück, dass die Leute das gut fanden, aber es kann auch mal tierisch schief gehen. Ist dann so. Einfach weitermachen, Augen zu und durch und gleich den nächsten. Ich hatte von dir auch einmal diesen einen Tipp gehört. Ganz kurz, das heißt aber nicht, dass man immun gegen Kritik sein sollte. Also Lektorinnen und Lektoren haben den Job nicht umsonst. Ein guter Lektor, eine gute Lektorin hilft dir, deine Geschichte voran zu entwickeln. Die sehen dir Schwächen, die sehen das Potenzial. Das ist super. Also nur weil was nicht läuft, heißt das nicht, dass man selber alles richtig gemacht hat. Aber diese Instanz mit Kritik annehmen, also fundierte Kritik, ist ganz wichtig. Das ist bei mir bis heute so. Nimmst du auch Kritik an von den Fans? Das, was du so direkt als Leserbriefe, Lesermails oder Rezensionen oder so in Leserbrücken... Es kommt immer darauf an, wie es geschrieben wird. Also als Kreativer kennt man ja alles an Rückmeldungen. Durchaus, ja. Ja. Schnelle Lieferung gerne wieder, fünf Sterne. Buch war schlecht eingepackt, einen Stern, denkst du, what the beep? Was ist das denn? Gibt es alles. Wenn man einer schreibt, das Buch ist scheiße, dann muss ich sagen, ist deine Meinung. Ja, tut mir leid. Seht halt nicht so. Ist dann so. Aber es gibt echte Fans, die dann genau auflisten, was wir alles gelesen haben und mir schreiben, was sie aus welchen Gründen in einem Roman nicht gut fanden. Das finde ich wiederum okay, weil sie sich echt die Mühe gemacht haben und man hat gesagt, das und das finde ich aus den und den Gründen nicht gut. Kommt es so fundiert, überlege ich natürlich kurz. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Hat das Lektorat was übersehen? Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Und überlege, ob mich das voranbringt oder ob es dann doch eher subjektiv einzuordnen ist. Aber prinzipiell, wie gesagt, so Rückmeldungen wie finde ich scheiße oder so, das prallt inzwischen völlig am Jahr. Ja, genau. Also muss fundiert sein. Und ansonsten, was ich von dir noch einmal gehört habe, das fand ich auch ganz schön, dass du gesagt hast, also letztendlich erst mal zu Ende schreiben. Wenn man was angefangen hat, zu Ende schreiben, das Ding auch zu Ende bringen, jeden Tag ganz kontinuierlich sich hinsetzen und wenn es nur eine Stunde ist. Mache ich bis heute noch so. Sonst, wenn du diese Kontinuität nicht hast, geht dein Kopf ja auch aus der Geschichte raus. Gerade wenn es eine dichtere Geschichte ist, musst du genau wissen, wo was gerade war. Sonst musst du jedes Mal, bevor du anfängst zu schreiben, wenn du dir jeden Tag, Tag mal nur eine Stunde nimmst, verbringst du ja allein schon 20 Minuten, damit dich erst wieder einzulesen und in die Szene reinzukommen. Bis du dann losgeschrieben hast, ist die Zeit ja schon wieder abgelaufen. Deshalb Kontinuität ist ganz wichtig. Jeden Tag schreiben oder damit beschäftigen. Ich würde jetzt, also ich schreibe wenigstens fünf Seiten am Tag normalerweise, aber eine Seite oder zwei ist ja okay. Und wenn es mal nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Dann sagt man, okay, heute ist irgendwie ein blöder Tag. Ich mache was anderes. Dafür läuft es dann an den nächsten Tagen besser. Genau. Super. Das war's. Das Wort zum Sonntag, hätte ich was gesagt. Ja, genau. Danke, Markus, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sprechen uns nochmal wieder und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit den Zwergen, die jetzt gerade rausgekommen sind. Der 17. Band in Summe oder so. Nee, nicht ganz. Der siebte. Aber ey, sieben und Zwerge gehört schon irgendwie zusammen. Vielleicht gibt es auch noch weiter. Also ich weiß es schon, aber ich verrate es nicht. Nein. Okay, also. Mach's gut und bis dahin. Ciao. Tschüss.